Oh, wow. Das war ja unglaublich. Meine Geduld wird auf die Probe gestellt. Komm her! Henchmen! Kommt hierher! Das haben sie nicht kommen sehen. Moment mal! Meine Henchmen! Hey, wir haben auch Tricks drauf. Das ist nicht erlaubt! Rück! Schlag! Block! Stoß! Block! Feger! Und fertig! Von wegen! Verfluchung! Doppelte Verfluchung! Ich wurde ausgetrickst! Wie man in den Wald hineinruft. Solon, schick den die Metro-Flammensort vorbei. Dreifache Verfluchung! Die Metro! Hey, Kumpel! Du lässt ihn besser frei. Oder auch nicht. Nur so ein Gedanke. Hover-Dino-Schlüsseln? Bereit! Schwebe! Halten! Vierfache Verfluchung! Genau! Ich geh mal unter! Hey, wo ist der hin? Da! Bis auf euch! Zu langsam! Hallo! Es ist Zeit, ein größeres Netz auszuwerfen! Oh-oh. Sagte irgendjemand, wir brauchen ein größeres Boot? Es ist Zeit, ein größeres Netz auszuwerfen! Oh-oh. Sagte irgendjemand, wir brauchen ein größeres Boot? Solon, dieses Beiboot wurde gerade zum Supertanker. Schick unsere Zords! Zords kombiniert! Ha! 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 Verbunden! Ha! Ha! Es wird Zeit, dass dieses Schiff zerschellt! Netz! Achtung! Hä? Das war knapp. Und er fängt gerade erst an. Ha! Ha! Kein Netz! Langsam hab ich wirklich genug von Netzen! Der Megasords steckt fest! Kavi! Ion! Wir brauchen meine Hilfe! Wir kommen! Ich muss leider erst meine Sortformation zeigen! Ja! Nein! Ich bin nicht interessiert! Aber ich habe diese Kombos selbst entworfen! Sords kombinieren! Ich nenne ihn den Elektrosord! Du hast den entworfen? Abscheulich! Null goldene Sterne! Nein! Weiß, weiß, weiß! Ihr ruiniert alles! Abgang! Zeit, den anderen zu helfen! Legen wir los, Elektrosord! Na los! Wie entwirft man eigentlich ein Sort? Elektrosord! Zerschieß das Netz für mich, ja? Warte, jetzt überhitzen wir! Wolkenbruch! Es geht nichts über ein bisschen Regen, um sich abzukühlen. Sonst, hier müsst ihr mich noch fangen! Hahaha! Nicht schon wieder dieser Trick! Er wird entkommen! Au! Segelzeugen Wind fangen! Und nicht Feuer! Versenken wir das Schiff! Mega-Fury-Säbel! Dino-Fury-Megasod! Ich gehe mit meinem eigenen Schiff unter! Dino-Fury-Sieg! Keine Sorge, Team! Ich hole den Sporix! Habtisch! Als Emilia ein Baby war, sind ihre Eltern unter ziemlich mysteriösen Umständen verschwunden, hm? Und ich hatte versprochen, auf sie aufzupassen, falls ihnen etwas zustoßen sollte. Wow! Ich schätze, sie haben ihr nie von diesem Versprechen erzählt. Nein, nein, das habe ich nicht. Emilia, das Verschwinden ihrer Eltern hat sie nie losgelassen. Ihr ganzes Leben lang war sie besessen vom Paranormalen. In der Hoffnung, sie könnte alles herausfinden, nicht wahr? Ja, sie geht eine Menge Risiken ein. Sir, auch wenn Sie sie vielleicht ein bisschen zu sehr behüten, bin ich mir sicher, dass ihre Enkelin sie trotzdem liebt. Unendlich. Oh, Entschuldigung, die Pflicht ruft. Ich muss gehen. Solon, was ist los? Niemand entkommt meinem Fluch, Ranger. Verbindung zum Morphegrip! Attacke! Fußenschlüssel verbreitet! Überschlag! Stimmungsverstärker, Feuer! Izzy, lass meine Schwester in Ruhe! Geh weg von der Mumie, sie ist so schrecklich. Oh nein, sie hat deine Angst verstärkt. Ihr solltet beide Angst haben. Sehr viel Angst! Okay, bringen wir's zu Ende! Scharfe Schwerter! Spitz! Schmerzen! Danke, Olli. Sie kann nicht kämpfen, solange sie Angst vor ihrer eigenen Waffe hat. Ich behalte sie im Auge. Zeit für Gefühle! Oh nein! Geht es euch gut? Bitte sagt mir, dass ihr emotional stabil seid! Amelia! Es ist so toll, mit ihr befreundet zu sein. Du bist die Beste! Und ich finde, du bist ein echter Champ, Zato. Komm schon, lass uns Spaß haben! Nee, hab keine Lust. Ich hab eigentlich auf gar nichts Lust. Was für ein Witzbold! Super glücklich und super faul. Aber wahrscheinlich super nutzlos in einem Kampf. Es liegt an mir. Ist es das, wonach du gesucht hast, Spitzbirne? Ja! Endlich! Flammen-Dino-Schlüssel! Bereit! Flammen-Kampfrüstung! Jetzt mach ich dir Feuer unterm Hintern! Heiß genug? Jetzt wird's noch heißer! Fury-Flammen-Peitsche! Du denkst, du hast diese arme, kleine Pyramide gegrillt? Aber so werde ich zum Dreien des Terrors! Oh nein! Langweilig. Sie werden jedes Mal groß. Du, kannst du mich vor der gruseligen Mumie verstecken? Das ist übel. So können sie nicht kämpfen. Aber Zato muss den Megasort rufen. Dann mach du das doch. Mir ist nicht danach. Entweder ganz oder gar nicht. Solon, schick den T-Rex-Championsort her. T-Rex-Championsort her. Du, was ist los? Wer bist du? Solon, warum ist ein neuer Sort aus dem Boden geschossen? Der Dimetro-Flammen-Sort ist aufgewacht, weil du seinen Schlüssel benutzt hast. Also Zeit, mega zu werden. Toll! Sorts kombinieren! Verpulsen! Und los geht's! T-Rex-Plammen-Megasort! Oh, schön, dass ihr auch da seid. Sehen wir mal, wie das läuft. Okay, Javi. Bereit, die Bestie zu grillen? Ja! Dann schmeiß mir den Grill mal an! So war das aber nicht vereinbart! Trommelfeuer! Dieses ganze Feuer und diese Action, langweilig. Gut, dann lege ich noch ne Schippe drauf. Das wollte ich schon immer mal machen. Mega-Fury-Savage! T-Rex-Flammen-Megasort! Flammen der Mega-Heap! Überraschung! Nein! Wie? Euer kleines Kraftfeld kann uns nicht mehr aufhalten. Nicht mit dem hier! Die haben meinen Morpher repariert. Hey, du dürftest gar nicht hier sein. Du genauso wenig. Vollkommen egal. Ein Mensch und ein halber Dinosaurier werden mich nicht von meinem Vorhaben abhalten. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ihr könnt es euch leicht machen. Geht einfach zur Seite. Mein Meister sagt, die Sporix sind gleich da drüben. Entschuldige. Wenn du sie willst, musst du an mir vorbei. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Irgendwelche letzten Worte vom letzten Dinosaurier? Hinter dir? Verbindung zum Morphing Grid! Du und ich, Armegeber! Das hat Voidmai gerade repariert! Was für ein Glück, dass du hier bist. Das war wirklich Glück, nicht wahr? Absolut. Du wirst büßen, dass du mir in die Quere gekommen bist, du rosa Plagegeist. Aber bestimmt nicht ihr! Du schaffst das, Kleine! Boomtower! Hast du dich erhirt? Sie hat mich ausgetrickst! Das stimmt! Und das war ganz schön leicht! Mieser Kleiner! Ich helfe dir, Emilia! Macht euch bereit! Dieser Berg schwingt sich zu neuen Höhen aus! Oh Mann! Solon, schick den T-Rex-Championsort! Meine Arme werden dich blocken! Und dann rocken! Oh ja! Emilia! Kommt ihr klar? Ja! Geht ruhig! Danke! Dann wird es Zeit für gute, altmodische Sword-Action! T-Rex-Championsort! Kampfmodus! Ha! Ha! Verbunden! Halt so ein Steinbruch! Peinlich! Ich hab'n guten! Auf ihn mit Geröll! Hochschalten! Bissschlag! Das kriegt ihr zurück! Er lenkt ihre Angriffe zurück! Euch Ranger mache ich B-L-A-T-T! Ihr macht uns platt? Du meinst wohl Platz! Du bist sogar schlecht im Buchstabieren! Für was hältst du mich? Für ein Wörterbuch? Also er ist fertig! Aber der Kampf nicht! Das Team braucht Schutz vor den Schüssen! Warte mal! Ankylosaurier sind stark gepanzert! Vielleicht versuchen wir eine Megasort Ankylo-Formation! Ja! Das könnte funktionieren! Solon! Schick uns die Ankylo-Hammer- und Tricera-Klingensorts! Sorts kombinieren! Ha! Dino-Fury-Megasort! Hammer-Formation! Hammer-Formation? Sehr clever! Sind alle bereit? Okay! Los geht's! Diese Vulkanarme geben einfach nicht nach! Dann lasst uns das Tempo erhöhen! Klop! 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 Keine Wirkung! Gut! Wenn Geschwindigkeit nichts bringt, können wir auf rohe Gewalt zurückgreifen und den Hammer fallen lassen! Pop-Pop hat mir als Kind beigebracht, wie man einen Vorschlaghammer schwingt! Ich hab seinen Daumen getroffen! Aber diesmal wird's klappen! Äh... Ups! Oh! Vorsicht! Das war unglaublich! Das war pures Glück! Mein Arr! Sein Vulkan ist blockiert! Jetzt wird alles viel einfacher! Das ist das Beste, was uns passieren konnte! Unser Sieg ist noch nicht in Stein gemeißelt! Wir müssen den Druck aufrechterhalten! Mega-Fury-Säbel! Dino-Fury-Megasort! Mega-Hammer-Schlag! Dino-Fury-Sieg! Ah! Ein energisiertes Borix! Nein! Der war für mich gedacht! Tja, Pech-Boomer! Ja, heute habe ich wohl nur Pech! Hammer geil! Cool! Dein Schwung wird ja immer lässiger, Sis! Wenn du Nachhilfe brauchst, ruf einfach meinen Assistenten an! Wow! Du hast einen Assistenten? Alter! Was für ein infernalischer Larm! Bitte aufhören! Sucht ihr diesen Briefbeschwerer? Hä? Ja! Das wird mich unbesiegbar machen! Wow! Da steckt eine Menge Power drin! Gib es mir! Okay! Aber ich bin etwas ungeschickt! Oh-oh! Die ist aber glatt! Was ist das? Ich dachte, die wären verloren gegangen! Das sind Dino-Schlüssel! Wow! Was passiert hier? Was? Sie sind gemorpht? Bist du? Bin ich? Sind wir? Der grüne und der schwarze Ranger? Ja! Klasse! Es ist gerade ein Traum wahr geworden! Ja, krass! Oder? Warte kurz! Röcke sind nicht wirklich mein Ding! Hey! Die Kugel war aber mein Ding! Das wirst du büßen! Händschmeln! 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 Wie fang! Das rücken wir, Sis! Dafür hab ich trainiert! Quasi! Alles klar? Oh ja! Das nenne ich mal Geschwister-Power. Würdet ihr bitte mal damit aufhören? Was machst du denn da? Äh, nur rumhängen. Hä? Nein! Das kann ich nicht glauben. Wow, das hab ich auch grad gedacht. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge, Alter. Auf der gleichen Wellenlänge? Mit einem Teenager? Nein, danke! Großes böses Monster auf der Flucht. Das sieht man gern. Ihr wisst, was passiert, wenn eine Sporix-Bestie nur lang genug kämpft? Spoiler-Alarm! Wieder wachsen! Schrumpfen war wohl keine Option. Sind jetzt die Zords dran? Du kennst dich aus. Ja! Solon! Setze die T-Rex-Champion, Tricera-Klinge und Ankylo-Hammer-Zords ein. Zords kombinieren! Ja! Wow! Teleportation! Ist ja der Hammer! Verbunden! Dino-Fury-Megasoft! Meine eigene Konsole. Kann sie Musik abspielen? Achtung! Jetzt wird gedrackert! Wir sind dran! Los geht's! Wir sind dran! Los geht's! Wechsel auf Kniebohrer! Zeit für den Endspurt! Mega-Fury-Säbel! Dino-Fury-Megasort! Mega-Schnitt! Dino-Fury-Megasort! Mega-Schnitt! Dino-Fury-Megasort! Der Sieg! Der Sporix! Einer mehr für uns, einer weniger für Void Knight. Fünf Ranger! Das reicht immer noch nicht, um mich aufzuhalten!